Was geht ab ihr Lieben? Geht's euch allen gut? Wir machen wieder Experimente mit dem Waffeleisen, denn ihr habt alle so fleißig abgestimmt. Danke dafür, mega geil! Ihr wolltet einen Schwamm gebrutzelt sehen, ist der okay? Dann habe ich eine Zahnbürste, die sich für die Wissenschaft opfern wird. Mehrere wollten, dass ich eine Kerze einschmelze. Eine kleine habe ich gefunden. Und zu guter Letzt die fette Batterie. Da bin ich besonders gespannt drauf. Was meint ihr denn? Wird die Batterie erst überleben? Oder sogar explodieren? Wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt eure Antwort unten in die Kommentare. Unterstützer dürfen mir gerne ein Like unterm Video dalassen. Ich freue mich immer riesig darüber. Danke und viel Spaß! Fangen wir mit dem Schwamm an. Die Idee fand ich nicht schlecht. Ist mal ganz interessant. Deckel zu. Und jetzt mache ich dich platt. Lasst uns nachschauen. Huch! Ist der weggebrutzelt? Ah, da bist du ja. Komm mal her, mein Freund. Mann, du sahst aber schon mal besser aus. Ich werde den Lappenschwamm oder was das jetzt darstellt, nicht wegschmeißen. Der wird mir in Zukunft helfen, das Waffeleisen wieder zu reinigen. Schon mal eine Zahnbürste in Waffeleisen gelegt? Ich auch nicht. Da ist sie. Seht mal, oben und unten fängt er schon an zu schmelzen. Ich kann sie aber noch nicht platt quetschen. So, 15 Minuten sind vergangen. Dann wollen wir mal. Oh shit, die bekomme ich so nicht auf. Ich versuche es mal mit dem Messer. Komm schon, wir haben keine Zeit. Die Abonnenten wollen das Video heute noch sehen. Okay. Boah, einfach mal zerstört. Erkennt ihr noch die Zahnbürste? Da links sieht man noch die Borsten. Schaut euch mal die Fäden an. Am Anfang dachte ich, dass die Zahnbürste nicht schmelzen wird. Aber sie ist doch komplett geschmolzen. Die Borsten kleben auch noch dran. Was für eine Suppe. Die Farbe sieht aus wie die vom HSV oder Holstein Kiel. Übrigens, ich komme auch aus Kiel. Hallo Kiel. Oha, da kommt das Kind raus. Okay, beruhigt euch. Ich mache den Mist mal weg. Und dann nehmen wir uns die fette Batterie vor. So, seid ihr bereit? Und rauf mit dir. Na, 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 na. Wo bist du denn hin? Hier wird nicht weggerollt. Die anderen waren auch tapfer. Still halten. Und jetzt bist du am Arsch. Dann wollen wir mal sehen, was passiert. Nach 30 Minuten. Mann, Freunde, da passiert nichts. Könnt ihr was erkennen? Hm. Schaut mal, hier ist die Batterie. Leider ist sie nicht explodiert. Das Waffeleisen konnte hier nichts anhaben. Nur die Folie ist ein bisschen beschädigt. Hm, ich dachte, wir erleben mehr Action mit der Batterie. Aber die Tage bin ich im Garten. Und dann werde ich eine Rakete, ein Böller und andere explosive Dinge im Eisen brutzeln. Seid gespannt. So, meine Süße. Jetzt bist du an der Reihe. Hoffentlich fängst du Feuer. Das schmilzt wie Butter. Und alles weg. Schaut mal. Ich lasse das mal trocknen und dann sehen wir uns das nochmal an. So ihr Lieben, das ist jetzt getrocknet. Aber der Wachs hat nicht gereicht, daraus eine Riesenwaffel zu machen. Naja, ich mache mal ein kleines Lichtchen für euch. Und dann bedanke ich mich bei jedem fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genau wie ich euren Spaß. Zuschauer dürfen gerne zu einem Abonnent werden. Wir heißen jeden in der Tommy Family willkommen. Und um zu garantieren, kein Video mehr zu verpassen, empfehle ich jedem die Glocke zu aktivieren. Bis bald, meine Lieben. Tommy hat euch lieb. Bis bald, meine Lieben.